Olivia Riedl, Encore-Spit No. 40, und dort ist der Schnee ein absolutes Gedicht, schau dir das einmal an, Riding the Sun-Shadow-Line, just as you see it in the Movies, das ist sensationell, bravo Oli, vor allem im oberen Teil, Eye Candy mit den Spray-Turns entlang der Sonnen-Schatten-Linie So, die letzten Turns für die Oli, mit Vollspeed ins Ziel hinein, da müssen die Zuschauer verstecken.